Mein Traum ist es, Profi-Chalist zu werden. Während du in Italien studierst, werde ich ganz fleißig sein und viele Geschichten schreiben. Warum ist eine Weile her? CG arbeitet in Italien fleißig daran, seinen Traum zu erfüllen. Wenn man als Lektorin schon ein totaler Ausfall ist, wie soll so jemand da noch anständige Texte liefern? Geben wir gemeinsam unser Bestes. Geben wir gemeinsam unser Bestes. Zehn Jahre und ich habe nichts vorzuweisen. Und der, den ich um Rat fragen könnte, der lebt auf einem anderen Kontinent. Ich weiß das alles und finde trotzdem keinen Weg, wie ich das lösen kann. Du musst so beide Ohren spitzen. Wenn du das tust, wird die Stimme deines Herzens wieder hörbar. Ich glaube, du kennst die Antwort. Du musst dich mit CG treffen. Shizuku. Da bist du jetzt. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020